Jetzt sind wir in der Tagesordnung drin, schauen auf den Tätigkeitsbericht des Petitionsausschusses 2019 und der erste Redner ist Marianne Wendt, kommt aus der Unionsfraktion und ist Vorsitzender eben dieses Petitionsausschusses. Wir werden von der Öffentlichkeit außerhalb des Parlaments breit diskutiert. Die Politisierung des Petitionswesens ist in den letzten Jahren stark angestiegen. Eingaben wie die Reduzierung des Mehrwertsteuersatzes auf Periodenprodukte konnten viele Menschen mobilisieren. Noch bevor sich der Bundestag der Sache annahm, schien die Öffentlichkeit den Ausgang der Petition bereits festgestellt zu haben. Die Öffnung des Parlaments ist richtig und wichtig. Wir dürfen aber um unser selber nicht zulassen, dass die reträsentative Demokratie geschwächt wird. Ich bin stolz darauf, dass kein Bundestagsausschuss eine stärkere Bürgernähe und Beteiligung aufweist als der Petitionsausschuss. Wir geben, anders als die bekannten Konzerne, die Garantie, dass jede Petition entgegengenommen, sorgfältig geprüft und beschieden wird. Wir sind das Original. Lassen Sie mich kurz einige Fakten zum Jahresbericht 2019 nennen. Es freut mich sehr, dass wir wiederholt einen Anstieg der Anzahl eingereichter Petitionen von nun auf 13.529 verzeichnen konnten. Die Anzahl eingereichter Petitionen in den letzten fünf Jahren ist damit um 20 Prozent angestiegen. Das unterstreicht das Interesse der Bevölkerung an Politik und den Willen der Menschen zum Mitgestalten unseres Landes. Auch als starke Befürworter der Digitalisierung begrüße ich außerordentlich, dass die Zahl der digital eingereichten Petitionen weiter steigt. Auf unserer Plattform haben sich im letzten Jahr 850.000 neue Nutzerinnen und Nutzer registriert. Dies entspricht ebenso einer Steigerung der Neuregistrierten um 40 Prozent. Im Berichtsjahr wurden 929 Petitionen auf unserer Internetplattform veröffentlicht. Das ist mehr als doppelt so viel wie noch 2015. Es beeindruckt mich sehr, dass so viele Nutzerinnen und Nutzer angeregt und zumeist konstruktiv auf unserem Forum die Petitionen insbesondere zur gesetzgeberischen Gestaltung diskutieren. Mit großer Freude stellen wir auch fest, dass im Vergleich zu den Einzelfallpetitionen die Anzahl der Petitionen mit klaren gesetzgeberischen Ideen mit Input in unser Haus deutlich angestiegen ist. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass neben diesen Petitionen zur Gesetzgebung auch zahlreiche Einzelfallpetitionen an uns herangetragen wurden. Sie sind unser wichtiges Brot-und-Butter-Geschäft und haben im letzten Jahr 55 Prozent aller Eingaben ausgemacht. Dabei ging es beispielsweise um Meinungsverschiedenheiten mit der Bundesagentur für Arbeit, den Jobcentern bezüglich der Erarbeitungsdauer von Anträgen und der Höhe von Leistungen. Die Zahl der Mitzeichnungen hat sich gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppelt. Über 1,8 Millionen Mitzeichnungen von öffentlichen Petitionen konnten wir verzeichnen, darunter circa eine Million elektronische. Was wiederum zeigt, dass trotz aller Digitalisierung knapp die Hälfte aller Mitzeichnungen noch in der klassischen Unterschriftenliste per Fax oder per Brief bei uns angelang. Dieses Engagement der Bürgerinnen und Bürger führte dazu, dass 2019 17 Eingaben das Quorum von 50.000 Mitzeichnungen erreichten, welches erforderlich ist, um bei uns in öffentlicher Beratung behandelt zu werden. Das sind fast dreimal mehr öffentliche Petitionen, die das Quorum erreicht haben wie im Vorjahr. Die Mitzeichnungsstärksten Petitionen im Jahr 2019 waren das Verbot des Versandhandels mit verschreibungspflichtigen Medikamenten. 413.000 Menschen haben hier mitgezeichnet. Die angemessene Übergangsregelung für derzeitige Psychologiestudenten und Psychotherapeuten und Therapeuten in der Ausbildung. 84.000 Mitzeichner. Die Besteuerung von Periodenprodukten mit dem ermäßigten Mehrwertsversatz von 7 Prozent in Höhe von 82.000 Mitzeichnern. Hinzu kommt natürlich eine breite mediale Debatte, die natürlich auch lebhaft nicht nur im Forum des Deutschen Bundestages auf unserer Seite stattfindet. Von den 17 Petitionen, die 50.000er Quorum erreicht hatten, konnten wir 14 Eingaben im Rahmen der öffentlichen Sitzung behandeln. In diesen öffentlichen Sitzungen konnte der Petent oder die Petent sein Anliegen persönlich vor den Ausschussmitgliedern, den anwesenden Regierungsvertretern, öffentlich vortragen. Themen waren unter anderem auch weiterhin das Termin Service- und Versorgungsgesetz oder das generelle Tempolimit auf Autobahnen. Auch mich persönlich freut es sehr, dass die bereits erwähnte Petition zur Besteuerung der Periodenprodukte mit dem ermäßigten Mehrwertsversatz schnell, erfolgreich und im Sinne des Petenten und der Bürgerinnen und Bürger abgeschlossen werden konnte. Der Petitionsausschuss war hier Treiber des politischen Prozesses und öffnet damit den Bürgerinnen und Bürgern das Tor zum Deutschen Bundestag. Wir sind der Eingangspunkt in unser Haus. Aber um Veränderungen anzustoßen, und das ist, glaube ich, sehr wichtig, ist nicht die Zahl der Unterschriften maßgebend. Eine Petition mit wenigen Mitzeichnungen führte etwa dazu, dass die Sonderurlaubsregelungen bei Reha-Maßnahmen geändert wurden. Ein auch für mich persönlich sehr erfreuliches Ergebnis konnten wir einem Fall der Familienzusammenführung erzielen. Der sich in Deutschland aufhaltende minderjährige Petent bat um Visa für seine Geschwister, um diesen die Einreisen nach Deutschland, um die Familienzusammenführung zu ermöglichen. Der Ausschuss kontaktierte verschiedene Ministerien und konnte schließlich eine Familienzusammenführung ermöglichen. Diese Art von Berichterstattergesprächen ist oft ein Punkt, der im Hintergrund erfolgt. Mit den Ministerien, insbesondere auch hier in meiner Berichterstattung, mit dem Innenministerium, Staatssekretär Mayer, wir haben sehr viele gemeinsame Berichterstattergespräche schon geführt, arbeiten wir eng zusammen. Und auch da gilt hier mein erster Dank für diese gute Zusammenarbeit und auch vor allen Dingen Problemlösungen. 20 solcher Berichterstattergespräche konnten im letzten Jahr geführt werden und dabei die persönlichen Probleme und Anliegen von Bürgerinnen und Bürgern gelöst werden. Natürlich können wir nicht alle Wünsche der Petentinnen und Petenten erfüllen. In diesen Fällen versucht der Ausschuss dadurch zu helfen, indem er den Bürgerinnen und Bürgern die staatlichen Entscheidungen und die gesetzlichen Grundlagen erläutert und nachvollziehbar macht. So konnte der Ausschuss beispielsweise dem Anliegen, das Streben nach Glück ins Grundgesetz aufzunehmen, nicht entsprechend. Wir antworteten dem Petenten aber, dass das persönliche Glücksempfinden überwiegend von privaten Umständen geprägt ist, auf die der Staat keinen oder nur bedingt Einfluss hat. Der Petitionsausschuss versteht sich als Anwalt der Bürgerinnen und Bürger. Und wir bemühen uns auch mit großem Engagement darum, die bestmögliche Lösung für jede Petition und jeden Petenten zu finden. Dabei arbeiten wir meist sehr konstruktiv zusammen, auch, und das ist die Besonderheit unseres Ausschusses, über die Fraktionsgrenzen hinweg. Wir sind uns alle einig, dass das Petitionsrecht eine echte Chance für mehr direkte Beteiligung dem Bürger bietet. Ein Appell an die Bürgerinnen und Bürger sei mir an dieser Stelle aber erlaubt. Bitte nutzen Sie die Chance. Nutzen Sie die Chance, eine Petition einzureichen. Es ist ganz einfach. Seien Sie gewiss, dass jede Petition von uns ernst genommen und gewissenhaft bearbeitet wird. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das Petitionsrecht ist eine historische Leistung unserer Demokratie. Umso mehr müssen wir uns deshalb den Versuchen entgegenstellen, das Petitionsrecht zu missbrauchen. Konzerne dürfen ihre kommerziellen Interessen nicht unter dem Deckmantel des Gemeinwohls verkaufen. Nennen wir es doch beim Namen. Betriebe und Unternehmen arbeiten in unserer sozialen Marktwirtschaft gewinnorientiert, was richtig ist. Das ist auch gut so. Aber die Politik muss den entsprechenden Interessenausgleich zwischen Gewinnorientierung und Gemeinwohl schaffen. Ich glaube, liebe Kolleginnen und Kollegen, das werden wir auch schaffen. Das Petitionsrecht ist Instrument der Bürgerinnen und Bürger. Das Petitionsrecht gibt Ihnen die Möglichkeit, direkt mit dem Deutschen Bundestag in Kontakt zu treten. Das Petitionsrecht beteiligt Sie an der Weiterentwicklung unseres Landes. Es ist aus meiner Sicht eine echte Chance für mehr Teilhabe und Partizipation. Aber übernehmen Petitionen die Aufgabe des Parlaments? Nein, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das Petitionswesen zu stärken, heißt, unsere repräsentative Demokratie zu stärken. Deshalb ist eine Politisierung des Petitionsausschusses uns allen willkommen. Wir müssen als Parlament lernen, konstruktiv mit den öffentlichen Debatten umzugehen, ohne uns vor ihnen hertreiben zu lassen. Es ist eine Chance, auch für uns aktiv in den Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern zu treten. Aber das Wichtigste, meine Damen und Herren, mein wichtigster Gedanke zum Schluss gilt an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unseres Sekretariats, unseres Ausschussdienstes. Knapp 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bundestagsverwaltung unterstützen die 28 Kollegen im Ausschuss bei der Bewältigung der 13.500 Petitionen. Eine kleine Delegation hat hinten Platz genommen, um diesen Ausschuss zu vertreten. Einen ganz herzlichen Dank an liebe Kolleginnen und Kollegen, an die Mitarbeiter des Ausschusses und allen Bürgerinnen und Bürgern, die sie aktiv für unser Gemeinwohl einsetzen. In diesem Sinne, vielen Dank. Marian Wendt war das, der Vorsitzende des Petitionsausschusses des Deutschen Bundestages. Der Petitionsausschuss beschäftigt sich ja mit Eingaben, Bitten, Beschwerden der Bürger, die er dann prüft und berät. Marian Wendt hat ja einige davon aufgelistet eben. Der nächste Redner in dieser Aussprache ist Stefan Schwarze aus der SPD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Ich freue mich, so viele Staatssekretäre hier begrüßen zu dürfen, mit denen wir eng zusammenarbeiten. Und auf die Minister freue ich mich dann in der nächsten Anhörung wieder, die uns dann und auch den Petenten Rede und Antwort stehen. Meine Damen und Herren, als allererstes möchte ich den Mitarbeitern des Ausschussdienstes und unseren Büros danken, die ganz viel Arbeit für die Anliegen der Menschen erledigen. Ohne sie könnten wir unsere Aufgaben nicht erfüllen. Dankeschön. Liebe Mitmenschen, egal ob jung, alt, männlich, weiblich, deutsch oder mit einer anderen Staatsangehörigkeit, einfach alle, schreibt Petitionen. Die Politik braucht die Themen, die sie bewegen. In der letzten Zeit sind Petitionen beim Deutschen Bundestag in der öffentlichen Wahrnehmung sichtbarer geworden. Und das ist gut so. Gesprochen und berichtet wird aber vor allem über die öffentlichen Petitionen, die eine große Zahl an Mitzeichnungen erreicht haben. Ein viel verbreiteter Fehler in der öffentlichen Wahrnehmung als auch in der Berichterstattung ist, dass eine Petition als gescheitert gilt, wenn sie keine 50.000 Unterstützerinnen und Unterstützer erreicht hat. Das ist falsch. Der Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages bearbeitet jede Petition. Und genau das ist unsere Stärke. Ich bin in der dritten Wahlperiode Mitglied dieses Ausschusses. Ich habe im letzten Jahr 300 Petitionen bearbeitet. Und ich freue mich über jede weitere, die auf meinem Tisch landet. Denn ich brauche sie, um Fehler in der Gesetzgebung zu finden, um Veränderungen in unserem Land aufgezeigt zu bekommen und darauf reagieren zu können. Jede Petition ist mir dabei gleich wichtig. Kein Thema ist zu groß oder zu klein. Kein Anliegen zu laut oder zu leise. Keine Beschwerde zu kompliziert oder gar zu einfach. Petitionen wirken. Ein gutes Beispiel dafür, übrigens keine öffentliche Petition, sondern ein Brief einer einzelnen Person, ist eine Petition, die der Ausschuss einstimmig zur Berücksichtigung an die Bundesregierung überwiesen hat. Mehrere Ministerien arbeiten daran, diese Gesetzeslücke zu schließen. Es geht um Fälle, in denen Menschen mit psychischen Behinderungen ins Krankenhaus gehen müssen. Diese Menschen müssen schon im Alltag stets von jemandem professionell begleitet werden. Jemandem, dem sie vertrauen. Genau diese Begleitung brauchen sie auch ganz besonders dringend während der Zeit im Krankenhaus. Es geht hier nicht um die pflegerische Arbeit, sondern es geht darum, den Menschen zu erklären, was mit ihnen geschieht und ihnen in der Situation zur Seite zu stehen. So etwas kann nur eine Vertrauensperson leisten. Nach der geltenden Rechtslage gibt es hier noch eine gesetzliche Lücke. Denn die Sicherung der Begleitung ist nicht gewährleistet, da bislang die Kosten dafür nicht übernommen werden. Der Ausschuss wird ganz genau darauf achten, dass wir hier eine Lösung im Sinne der Betroffenen bekommen. Wie wichtig das ist, durfte ich in meinem Besuchen im Wohnheim am Spatzenberg in Löhne in meinem Wahlkreis erfahren. Hier sind Menschen mit Autismus zu Hause. Für sie ist ein Aufenthalt im Krankenhaus eine ganz besondere Herausforderung. Sie brauchen dabei diese Vertrauensperson. Nur so ist eine Behandlung überhaupt möglich. Auch wenn der Ausschuss sehr solide arbeitet, braucht er unbedingt ein Update seiner Abläufe und Technik. Ich will schneller werden. Viele Verfahren dauern mir oft zu lange. Ich will Petitionen transparenter bearbeiten. Bei jedem Online-Einkauf kann man den Status der Bestellung nachverfolgen. Das muss doch auch bei einer Petition möglich sein. Und wir müssen verständlicher mit den Menschen kommunizieren. Ich will über meine Arbeit im Petitionsausschuss auch öfter öffentlich sprechen und für sie werben. Es sollte eine Debatte auch zur Hälfte eines Jahres erfolgen, dann ohne Vorlage eines Berichts. Aber so können wir für den Ausschuss werben. Und ich will, dass der Petitionsausschuss endlich eine App bekommt. Ich glaube, das habe ich vor acht Jahren das erste Mal gesagt. Persönlich finde ich es sehr spannend, auch über das Amt einer Bürgerbeauftragten, eines Bürgerbeauftragten auf der Bundesebene zu diskutieren. Er oder Sie könnten in einem gestärkten Petitionswesen den Bürgeranliegen ein Gesicht geben. Ein Anwalt für Bürgerinteressen, der in Abstimmung mit und angebunden an einen starken Petitionsausschuss die Interessen der Bürger noch viel besser vertreten könnte und unsere Wahrnehmung in der Öffentlichkeit deutlich stärken könnte. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Jetzt hat das Wort der Kollege Johannes Huber, AfD. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Mitbürger, Artikel 17 im Grundgesetz gibt jedermann das Recht, sich schriftlich mit Bitten oder Beschwerden an den Deutschen Bundestag zu wenden. Seit die AfD im Jahr 2017 in den Deutschen Bundestag eingezogen ist, in dieses Hohe Haus, hat sich der zuvor kontinuierliche Rückgang an Petitionen umgekehrt. Der Beitrag der AfD unter anderem ist es, die Demokratie ein großes Stück wiederbelebt und Menschen zurück in den politischen Diskurs gebracht zu haben, die sich zuvor nicht mehr vertreten gefühlt hatten. Das Petitionsportal ist dabei das mit Abstand erfolgreichste Internetangebot des Deutschen Bundestages. Im Vergleich zum Vorjahr haben sich 40 Prozent mehr Bürger auf der Plattform registriert, um sogar 45 Prozent mehr Mitzeichnungen an öffentlichen Petitionen vorzunehmen. Leider ist dies aber aktuell neben nicht öffentlichen Petitionen und direkten Anfragen an die Abgeordneten die einzige Möglichkeit, für die Bürger während einer Legislatur an der Bundespolitik direkt mitzuwirken. Aus diesem Grund wollen wir die direkte Demokratie in unserem Land endlich weiter ausbauen. Sehr herzlich begrüße auch ich die Mitarbeiter des Ausschussdienstes. Zu jeder Petition, müssen Sie wissen, verfassen Sie im Schnitt drei Schreiben. Und Sie konnten etwa ein Drittel aller Bürgeranliegen bereits im Vorfeld des parlamentarischen Prozesses durch unbürokratische Hilfe erledigen. Einen großen Dank an die fleißigen Mitarbeiter. Was die Veröffentlichung von Petitionen angeht, vermelde ich ebenfalls einen Erfolg. Sie erinnern sich an den UN-Migrationspakt, bei dem erst durch die Beharrlichkeit der AfD eine Petition veröffentlicht wurde. Und wir verhinderten, dass der Zensurausschuss, Herr Gremmels, dass dieser Begriff Zensurausschuss eben nicht zutrifft. Heute kann ich sagen, so viel sei gestattet, dass heute doch auch durch unser wiederholtes Einwirken deutlich mehr veröffentlicht wird als früher. Einer politischen Willkür allerdings, welche Bürgeranliegen veröffentlicht werden, bleibt weiterhin die Tür geöffnet. Daher wollen wir weiterhin die Richtlinie für öffentliche Petitionen überarbeiten und verbindlich in der Geschäftsordnung des Bundestags verankern. Sie können ja zustimmen. Liebe Mitbürger, im letzten Jahr ging der Preis für das Ministerium mit dem größten Handlungsbedarf an das Innenministerium. In erster Linie richteten sich die Zuschriften gegen den von der Bundesregierung vorgelegten Entwurf zur Änderung des Waffengesetzes. Dank über 50.000 Mitzeichnern gab es dazu im Januar 2020 eine öffentliche Anhörung mit den Petenten. Trotz des Lockdowns in diesem Jahr wird es aber auch voraussichtlich 15 öffentliche Anhörungen 2020 geben, im Dezember dieses Jahres über die Einberufung einer Expertenkommission mit Befürwortern und Kritikern des bundesweiten Coronavirus-Lockdowns. Sie sehen also, während die Bundesregierung mit Christian Drosten und Lothar Wieler nur zwei sogenannte Experten gelten lässt, ist der Petitionsausschuss dank den Bürgern bereits einen Schritt weiter. Obwohl der Bundestagspräsident Dr. Schäuble erst gestern bei der Übergabe des Petitionsberichtes wiederholte, dass er Volksabstimmungen auf Bundesebene eigentlich gar nicht möchte, sehen das ungebrochen viele Bürger anders und reichten Petitionen dafür ein. Obwohl sogar der Koalitionsvertrag eine Expertenkommission dafür zum Ziel hat, haben es CDU, CSU und SPD bis heute nicht einmal geschafft, die Kriterien zu benennen, nach denen die Sachverständigen eingeladen werden. Ich muss also sagen, nach drei Jahren hat es die Große Koalition hat hier absolut gar nichts geschafft, womöglich, weil sie es gar nicht schaffen möchte. Und wenn der Petitionsausschuss dann zusammen mit dem gesamten Bundestag mehrheitlich beschließt, ein Anliegen von Bürgern in Erwägung zu ziehen, wie es im Berichtsjahr zur Kfz-Versicherung und zum Lärmschutz zweimal der Fall war, dann fühlt sich die Regierung nicht an die Mehrheitsbeschlüsse gebunden und lehnt diese Verbesserungsvorschläge der Bürger einfach ab. Das passt ins Bild, denn seit drei Jahren können wir von der AfD schon beobachten, wie die Legislative, der Bundestag, von der Bundesregierung nur zum Abnicken von Gesetzen benutzt wird, die nicht der verfassungsmäßige Gesetzgeber, sondern die Bundesregierung eigentlich selbst geschrieben hat. Wir als AfD haben dagegen ein komplett anderes Demokratieverständnis. Der Bürger schlägt vor, der Bundestag beschließt und die Regierung setzt um. So rum. Wichtige Entscheidungen werden stattdessen oftmals bereits vorab im Hinterzimmer getroffen. Das wissen wir nicht erst seit dem Fall Philipp Amthor oder den Lobbytätigkeiten einer Angela Merkel im Fall Wirecard. Meine schriftliche Anfrage zu Nichtregierungsorganisationen wie den in Berlin Ansässigen und laut eigener Aussage von George Sodas finanzierten European Council on Foreign Relations ergab, dass, Zitat, Erkenntnisse aus diesen Kontakten in die vorbereitende Diskussion zu politischen Entscheidungen und zum Regierungshandeln einfließen. Mitglieder dieser Denkfabrik, sind auch Sie dabei, sind neben Regierungsvertretern wie Staatssekretär Nils Ahnen von der SPD, etwa der mittlerweile kriegslüsternen Kandidat für den CDU-Parteivorsitz Norbert Röttgen, und Führungskräfte der anderen angeblich demokratischen Parteien wie Franziska Brandner von den Grünen und Alexander Graf Lambsdorff von der FDP. Diese offensichtlichen Verflechtungen, Herr Korte, bestätigen die Vermutung vieler Bürger, dass sich die selbsternannten demokratischen Parteien, die besseren Demokraten in diesem Land, in Wahrheit am liebsten am Parlament und damit an den Bürgern vorbei in den Hinterzimmern absprechen. Was wir aus diesem Grund brauchen, ist ein Lobbyregister, das seinen Namen verdient, und einen solchen Antrag wird die AfD morgen in den Bundestag einbringen. Die Fortsetzung folgt. Johannes Huber war das für die AfD-Fraktion in der Debatte über den Tätigkeitsbericht des Petitionsausschusses 2019. Der nächste Redner kommt aus der Unionsfraktion und ist Marc Biadac. Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Bürgergespräche, Ideen, Sorgen und Bedenken mitzunehmen, Das ist die Aufgabe von Bundestagsabgeordneten und von allen anderen Abgeordneten in den Ländern und in den Kommunalparlamenten. Also, Teilhabe ermöglichen und die Menschen einbinden für die Demokratie. Direkte Beteiligungsformate, ja, das haben wir in der Verfassung. Die Mütter und die Väter des Grundgesetzes haben im Artikel 17 klar und deutlich reingeschrieben, das Petitionsrecht. Und jeder kann mitmachen, jede Frau, jeder Mann, egal welches Alter, egal wo er herkommt. Die Ideen, die Sorgen und die Bedenken, sie landen hier, liebe Kolleginnen und Kollegen, auf unseren Schreibtischen, Bei mir im Paul-Löbe-Haus und bei euch, bei der SPD auch, auf den Schreibtischen. Und das ist richtig und gut so, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und, meine Damen und Herren, ich bin Digitalpolitiker und überzeugter Mitglied des Petitionsausschusses. Durch die Digitalisierung kommt der Petitionsausschuss auch in die Wohnzimmer der Bürgerinnen und Bürger. Und der Petitionsausschuss auf der Seite des Deutschen Bundestags ist eine Erfolgsgeschichte. Wir sind Benchmark. Wir haben über drei Millionen registrierte Nutzer für den Petitionsausschuss. Das ist ein Erfolg und wir sind Benchmark. Und darüber, glaube ich, müssen wir uns auch freuen. Und lieber Herr Huber, das ist nicht Ihr Erfolg. Das ist nicht der Erfolg der AfD. Das ist der Erfolg der Demokratie. Das ist das Erfolg des Grundgesetzes, dass diese Zahlen steigen. Also, so eine Kokoloris, bisschen Demut, bitte. Das ist nicht Ihr Erfolg. Und, Herr Huber, ich habe mir eigentlich vorgenommen, über die AfD nichts zu sagen. Aber einen Punkt sage ich noch. Abnicken tut hier im Parlament niemand. Und auch während der schweren Zeit der Pandemie waren wir alle hier. Wir haben Geringen. Wir haben nachgedacht. Und wir haben Entscheidungen gemeinsam mit der Regierung getroffen. Und von Abnicken bitte ich Sie, Abstand zu nehmen. Dankeschön. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich sage auch ganz deutlich, auch als Digitalpolitiker, ja, wir müssen noch stärker in die sozialen Medien, auch der Petitionsausschuss. Und, lieber Kollege Schwarze von der SPD, ja, wir brauchen auch eine App. Da bin ich auch mit dabei. Lassen Sie uns das angehen. Das kriegen wir auch hin. Denn den digitalen Stempel auf eine Petition, den gibt es nur hier bei uns im Deutschen Bundestag, den Stempel des Petitionsausschusses. Und der wird hier auf dieser App hoffentlich in Zukunft dann auch drauf sein. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Petitionsausschuss wirkt. Und warum wirkt er? Ich erinnere mich an eine ganz klasse Petition der Petentin Jule Schulte. Völlig zu Recht hat sie ein Thema aufgeworfen. Auch darüber musste ich erst mal nachdenken. Über Periodenprodukte, also über Binden, Tampons und Menstruationstassen. Hier gilt ein erhöhter Mehrwertsteuersatz von 19 Prozent. Hier hat ein erhöhter Mehrwertsteuersatz von 19 Prozent gegolten. Also eine Ungleichbehandlung. Wir im Deutschen Bundestag auf Initiative der Petentin, auf Initiative des Petitionsausschusses hat dann zum 01.01.2010 den erniedrigten Mehrwertsteuersatz von 7 Prozent umgesetzt. Wir haben leidenschaftlich diskutiert bei der Anhörung im Petitionsausschuss. Wir haben die 82.000 Unterzeichner sehr ernst genommen. Und die Petentin hat präzise und mit Leidenschaft für ihr Anliegen gekämpft. Und nun ist diese Ungleichbehandlung aufgehoben. Ein Erfolg für den Petitionsausschuss, für die Bürgerinnen und Bürger und für die Petentin. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Bausteiner direkter Demokratie und Parlamentarier und demokratische Demokratie widersprechen sich nicht. Mit dem Petitionsausschuss, mit dem Petitionswesen haben wir hier eine klasse Verbindung. Und diesen Erfolg mit diesen knapp 14.000 Petitionen im Jahr 2019, den lassen wir uns von niemand nehmen, sondern auf den sind wir alle hier in diesem Hohen Haus stolz. Meine Damen und Herren, ich möchte allen denjenigen, die noch keine Petition eingereicht haben im Deutschen Bundestag, der noch nicht auf unseren Schreibtischen im Paul-Löbe-Haus oder auch woanders eingetroffen sind, nehmen Sie dieses Recht wahr. Geben Sie uns noch mehr Arbeit im Petitionsausschuss. Ich freue mich auf diese Arbeit auch in Zukunft. Es macht wirklich große Freude, auch wenn es viel Arbeit ist. Und ich danke all denjenigen, die daran mitarbeiten, dem Ausschuss, der AG, den Kolleginnen und Kollegen im Ausschuss. Lassen Sie uns so weitermachen für die Petitionen, für die Bürgerinnen und Bürger und für die Demokratie in diesem Land. Dankeschön. Marc Biaditsch für die Unionsfraktion im Petitionsausschuss betont, dass es natürlich viel Arbeit ist, diese Petitionen zu bearbeiten, dass es aber auch eine große Freude sei. Es gibt durchaus Abgeordnete, die den Faktor Arbeit in diesem Zusammenhang ein klein wenig mehr betonen. Es sind in der Summe, das muss man sich dann vielleicht auch noch mal klar machen, Es sind im vergangenen Jahr alleine mehr als 13.000 Petitionen gewesen, die hier beim Bundestag eingereicht worden sind. Manfred Tottenhausen ist der nächste Redner und er kommt aus der FDP-Fraktion. Ich habe da eine ganz andere Betrachtung. Ich finde dieses Medium hier viel zu wichtig, um es für Polemik zu nutzen. Wir reden heute über ein wichtiges Bürgerrecht. Sie alle haben das Recht, sich mit Bitten und Beschwerden an dieses Parlament zu wenden. So steht es sogar im Grundgesetz. Das Petitionsrecht ist für alle Bürgerinnen und Bürger gedacht, die sich ungerecht behandelt fühlen oder Einfluss auf parlamentarische Arbeit nehmen wollen. Aber selbst wenn Petitionen von Vereinen, von einer Landeskirche oder von einem Unternehmen kommen, dann kümmern wir uns darum. Das alles hat es in dieser Wahlperiode bereits schon gegeben. Egal, von wem die Eingabe kommt, wir bearbeiten jede. Leider wird immer wieder der Eindruck erweckt, wir haben es hier gerade schon mal ähnlich gehört, dass man mindestens 50.000 Unterschriften braucht, damit ein Petitionsausschuss eine Petition annimmt, oder dass wir tätig werden. Das ist falsch. Eine einzige Unterschrift genügt, Ihre Unterschrift genügt. Jede Petition bekommt die gleiche Beachtung. Der Unterschied ist der, wenn eine Petition mehr als 50.000 Unterschriften erhält, wird sie im Petitionsausschuss öffentlich beraten. Wir laden dann die Petenten und Regierungsvertreter ein. Außerdem übertragen wir die Anhörung im Parlamentsfernsehen, sodass sie jeder mitverfolgen kann oder auch später abrufen kann. An dieser Stelle auch mal ein großes Lob. Wir freuen uns ja immer, wenn Staatssekretäre oder Abteilungsleiter zu uns als Vertreter der Regierungsvertreter kommen. Ich muss aber Jens Spahn einmal loben, denn dieser Minister war bereits zweimal persönlich bei uns, und das hat natürlich einen ganz anderen Eindruck. Dieses könnte Vorbild sein für andere Ministerinnen und Minister. Wir würden uns jedenfalls darüber freuen. Bei unseren öffentlichen Anhörungen zeigt sich, der Petitionsausschuss drückt sich auch nicht vor schwierigen Themen. Wir haben einige gerade schon gehört. Aber zum Beispiel haben wir über den UN-Migrationspakt öffentlich gesprochen, über die Forderung, den Holodomor in der Ukraine als Völkermord anzuerkennen, und auch darüber, ob man Taiwan als eigenständiges Land diplomatisch anerkennen sollte. Eins muss man klar sagen, der Petitionsausschuss trifft keine politischen Entscheidungen. Die Erwartungen haben manche. Aber er weist die Regierung auf Missstände hin. Letztes Jahr forderte, wir haben das schon gehört, eine junge Frau, die Mehrwertsteuersatz auf Tampons zum Binden zu senken. Wir haben das öffentlich beraten. Und der besondere Erfolg ist nicht nur, dass es durchgesetzt wurde, sondern auch die kurze Zeit, die es gebraucht hat, um dieses Gesetz in Kraft zu treten, nämlich weniger als elf Monate. Und für ein normales Gesetzgebungsverfahren ist das wirklich sehr, sehr schnell. Aber in letzter Zeit erreichen uns zahlreiche Petitionen, in denen Probleme beschrieben werden, die sich aus Corona-Maßnahmen ergeben haben. Das ist in der Reisebranche oder bei Schaustellern oder anderen. Ich finde, wir müssen uns Gedanken machen über ein Express-Petitionsverfahren, weil das übliche Petitionsverfahren manchmal zu lange dauert. Deshalb brauchen wir eine Überholspur für zeitaktuelle Petitionen. Im Mai haben zum Beispiel Soloselbstständige eine Petition erreicht, unter anderem Unternehmensgründer, Künstler etc. Damit Sie Corona-Hilfen bekommen, fordern Sie die Regierung auf, neben laufenden Betriebskosten auch den Lebensunterhalt, Miete- und Krankenversicherung als notwendige Ausgaben anzuerkennen. Und eins ist sicher, den Soloselbstständigen muss jetzt geholfen werden. Denn nicht erst, wenn die Pandemie vorbei ist. Eine Anhörung ist dazu leider erst im Dezember möglich. So sind die Regularien. Und das kann für viele Betroffene schon zu spät sein. Wir waren uns letztes Jahr im Petitionsausschuss einig, dass sich der Bund an der Rettung der Schwimmbäder beteiligen sollte, damit weiterhin alle Kinder schwimmen lernen. So eine Petition des DLRG. Und daran sollten sich die Regierungen halten, damit wir in Zukunft weniger tödliche Badeunfälle haben. Der Ausschuss ist sich nicht immer einig. Das muss man auch mal klarstellen. Aber auch nicht jeder Petent bekommt die Lösung nach seinen Vorstellungen. Man kann aber dem Petenten eins sagen. Er soll nicht entmutigt sein. Denn wenn sich die Bundesregierung ändern sollte durch eine Wahl, wir haben ja bald welche, hat er die Möglichkeit, das Gleiche noch mal einzureichen. Und je nachdem, wie die Mehrheitsverhältnisse sind, kann sich dann auch das Ergebnis ändern. Viele Petenten ärgern sich darüber, dass sie lange nichts vom Ausschuss hören, nachdem sie ihre Petition eingereicht haben. Wir haben das schon gehört. Wir müssen schneller, besser werden. Ein Online-Angebot, wo der Petent jederzeit einsehen kann, wie sein Sachstandist, Kollege Schwarz, hat das auch so ähnlich gesagt. Und wir sind da auch gleich alle der Meinung. Die allermeisten Petitionen beraten wir übrigens nicht öffentlich. Das wäre auch zu viel. 13.000 Petitionen haben wir auch gehört im vergangenen Jahr. Es wäre gar nicht möglich, das alles öffentlich zu behandeln. Deshalb mein herzlicher Dank an alle, die hinter den Kulissen daran gearbeitet haben. Das ist bei den Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Petitionsausschusses, der Fraktionen und natürlich unsere Abgeordneten, die auch eine hervorragende Arbeit leisten. Und dann komme ich langsam zum Schluss. Ja, liebe Kollegen, ich möchte mich auch bei Ihnen bedanken. Die Kollegen aus allen Fraktionen für die kollegiale Zusammenarbeit, für das Streiten für den Petenten und suchen nach gemeinsamen Lösungen. Das gibt es in keinem anderen Ausschuss, wie wir das untereinander machen. Da geht es um sachorientiert, um den Petenten, um die Sache. Und wir wollen gemeinsam möglichst vielen Menschen helfen. Und das soll so sein. Und das muss auch so bleiben. Vielen Dank. Manfred Totenhausen für die FDP-Fraktion hat auch noch einen kleinen Einblick gewährt in die Arbeit des Petitionsausschusses. Es sind ja im Großen und Ganzen ziemlich viele Abgeordnete an den Petitionen beteiligt. Denn der Petitionsausschuss sortiert quasi vor. Aber viele Petitionen, die allermeisten, landen natürlich dann bei den Fachabgeordneten zu den verschiedenen Themenbereichen. Nächste Rednerin ist Kerstin Kastner, Obfrau der Linksfraktion im Petitionsausschuss. Liebe Bürgerinnen und Bürger, ich möchte meinen Vortrag auch mit dem Dank beginnen. Zuerst den Dank an Sie, liebe Bürgerinnen und Bürger, die Sie uns mit Ihren Petitionen die Augen öffnen, die Sie uns sagen, wo die Säge klemmt, wo Sie Probleme haben und worum wir uns kümmern müssen. Und das machen Sie in einzigartiger Weise. Sie vertrauen uns mit Ihren Petitionen wirklich viel, auch Persönliches an. Und dafür herzlichen Dank. Der zweite Dank unserem Ausschusssekretariat. Hier wird wirklich eine umfangreiche Arbeit geleistet, die man wirklich nur würdigen kann und das trotz Nichtbesitzerstellen. Was sehr schmerzlich ist für die Menschen, die diese Arbeit dann miterfüllen müssen. Also, herzlichen Dank. Ja, und ein weiterer Dank ist, glaube ich, auch mal nötig an unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Fraktionen oder auch in den Büros, die wir selbst vertreten. Auch da sind unwahrscheinlich engagierte Leute am Werk. Und den möchte ich heute auch unbedingt mal danken. Eine Stunde jedes Jahr haben wir hier als Petitionsausschuss. Das ist meines Erachtens zu wenig. Wir alle sind dafür verantwortlich, wie gut unser Petitionsausschuss arbeitet. Und da könnte ich mir durchaus noch Luft nach oben vorstellen, dass wir uns in unserer Arbeit verbessern wollen. Wir haben uns entwickelt, ohne Frage, aber mir geht es einfach zu langsam, zu schleppend. Und dafür drei Argumente, die das erhärten sollen. Das erste Argument, wir haben gehört, die Zahl erhöht sich nur sehr moderat, die Petitionen, die uns erreichen, also 13.500 im Jahre 2019. Aber da verbirgt sich ja viel mehr dahinter. Zählen wir all die Massenpetitionen, die Unterschriften bei öffentlichen Petitionen dazu, werden es viel, viel mehr. Drei Millionen Nutzer der Plattform Petitionen des Bundestages, das sagt doch etwas. Da sind viele Menschen, die einfach Wege suchen, um mit ihrer Unzufriedenheit fertig zu werden. Und wenn wir uns angucken, was sich hinter diesen Petitionen verbirgt, also beispielsweise die Petition zum Gesetz über die bedarfsgerechte Planung der Mitarbeiter in den Krankenhäusern, hatte fast 200.000 Unterstützer. Und ist das nicht so aktuell wie nur irgendetwas? Weitere Themen beschäftigten sich mit einem umfassenden, sektorenübergreifenden Gesetz für Nachhaltigkeit. Das ist ein Vorschlag zum Klimaschutz, ein Vorschlag aus der Bevölkerung. Den müssen wir doch ernst nehmen. Und ich glaube, wir sind gut beraten, wenn wir das, was die Bürger uns hier auf den Tisch legen, noch viel ernster nehmen. Wir brauchen diese unmittelbare Beteiligung der Bürger, diesen Austausch mit den Bürgern. Und nicht zuletzt, unser Bundestagspräsident hat ja hier auch Wege aufgezeigt. Ich erinnere nur an den Bürgerrat, wo eben diese direkte Einflussnahme auch gewünscht wird. Ein zweiter Punkt ist, dass wir uns vorgenommen hatten, eigentlich in dieser Legislaturperiode sehr viel weiter zu kommen. Ich war, Herr Vorsitzender, Herr Wendt, wir haben mehrmals in Klausuren zusammengesessen und haben überlegt, was können wir noch besser machen. Ich kann nur sagen, wir haben sechs Vorschläge eingebracht. Alle sind abgelehnt worden. Der eine Vorschlag war, öffentliches Tagen unseres Petitionsausschusses hätte uns gut getan. Natürlich unter Einhaltung von Datenschutz ohne Frage. Der zweite Vorschlag, das Quorum absenken, 25.000 Unterstützer für die Behandlung in der öffentlichen Sitzung, war dann so der kleine Kompromiss abgelehnt. Ein Hilfsfonds, der Menschen helfen sollten, die in besonderen Härtefällen sind, dass sie Unterstützung bekommen, abgelehnt. Also, liebe Kolleginnen und Kollegen, hier ist noch sehr viel Entwicklung möglich. Und der dritte Grund, den ich noch erwähnen möchte, das ist unser eigenes Selbstverständnis als Mitglieder dieses Parlaments. Und da kann ich es nicht verstehen, wenn die Kollegen der regierungstragenden Fraktion sich sozusagen als ein Türsteher für die Regierung verstehen. Nämlich einfach nicht zulassen, dass bestimmte Dinge an die Regierung herangetragen werden. Gucken Sie doch mal, wie man uns das dankt, diese Zusammenarbeit. Hier sitzt nicht ein einziger Minister. Also, oh, Entschuldigung. Danke, dass Sie da sind, aber viel zu wenig. Da geben Sie mir recht. Das soll keine Nichtachtung der Arbeit unserer Staatssekretäre sein, sondern da haben wir an vielen Stellen schon sehr gut zusammengearbeitet. Es tut mir leid, aber ich habe das einfach perspektivisch nicht gesehen. Ich entschuldige mich. Trotzdem, es könnten mehr sein. Also, wir haben noch viel zu tun. Das möchte ich an dieser Stelle noch sagen. Wenn wir nicht einen Beschluss uns durchringen konnten, der Regierung als zur Berücksichtigung auf den Tisch zu packen, dass wir nur zwei wirkliche Erwägungsbeschlüsse hatten, die dann auch noch von der Regierung abgelehnt wurden, dann sage ich, da ist wirklich noch Luft nach oben. Und deshalb sage ich, unser Petitionsausschuss ist nur so gut, wie wir alle Mitglieder dieses Ausschusses und natürlich alle Mitglieder dieses Hohen Hauses ihn machen. Lassen Sie uns dieses Problem weiter angehen. Vielen Dank. Kerstin Kassner war das für die Linksfraktion Obfrau im Petitionsausschuss. Und sie hat hier auch noch mal angesprochen, was man auch gelegentlich hört, dass nämlich Petitionen, sagen wir mal, etwas defensiv weitergereicht werden an die verschiedenen Ministerien, die sich damit eigentlich beschäftigen müssten. Und es gibt da durchaus auch unterschiedliche Auffassungen zwischen Unionsfraktion und SPD. Corinna Rüffer für Bündnis 90 Die Grünen, ebenfalls Obfrau im Petitionsausschuss, ist die nächste Rednerin. Die Schulter zu klopfen und das Petitionswesen zu loben und immer wieder zu wiederholen, dass es eine Perle der Demokratie ist. Da wird ja keiner widersprechen. Aber wir wissen auch alle, die im Ausschuss arbeiten, dass es echt ganz, ganz viel Luft nach oben gibt. Wir müssen die Arbeit des Petitionsausschusses viel besser machen. Und das hat ganz viel damit zu tun, dass die Verantwortung, die wir tragen, von Jahr zu Jahr wächst. Wir können das im Moment ablesen. An der Statistik hat der Wendt gesagt, haben andere gesagt. Und es stimmt ja auch, die Anzahl der Nutzerinnen wächst, um 40 Prozent gestiegen. Die Anzahl der Mitzeichnungen wächst sogar um ungefähr 50 Prozent, also fast 50 Prozent. Das zeigt, dass das Instrument ja bei den Bürgerinnen und Bürgern ankommt. Das zeigt aber auch, dass wir eine Verantwortung dafür tragen, dass wir mit diesem Instrument verantwortungsbewusst und so gut wie möglich umgehen. Denn wir haben in diesem Petitionsausschuss das Beste, und ich meine das völlig ernst, das Beste zu tun, was Abgeordnete des Deutschen Bundestags überhaupt tun können. Wir können, müssen und dürfen vor allen Dingen uns für die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger ganz direkt einsetzen. Ganz direkt, nicht vermittelt über ganz viele Ausschüsse, sondern die Bürgerinnen und Bürger können sich ganz direkt an uns wenden. Sie sehen uns als die Anwälte der Menschen, als ihr Sprachrohr, die Verteidigerinnen ihrer Interessen. Und ich stehe hier nicht zum ersten Mal, sondern seit einigen Jahren habe ich die Möglichkeit, die Bilanz des Petitionsausschusses zu bewerten. Und jedes Jahr stehe ich hier und stelle, glaube ich, ganz explizit die Stärken dieses Ausschusses in den Mittelpunkt, aber sage auf der anderen Seite auch, wir haben erhebliche Schwächen, an denen wir arbeiten müssen. Wir haben Erfolge zu feiern und zu begehen, aber wir vertun jede Woche, Woche für Woche Chancen. Und das muss sich ändern, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deswegen jammern wir nicht nur, sondern wir legen Vorschläge vor. Frau Kerstin hat das gerade gesagt. Wir haben ja als Ausschuss uns zusammengesetzt in der Obleuterunde. Wir haben seitenweise Vorschläge vor uns. Wir müssen die aber einfach umsetzen. Wir diskutieren seit Jahren darüber. Und wir müssen endlich beginnen, in die Umsetzung zu gehen. Diese Legislaturperiode darf nicht verstreichen, ohne dass das Petitionswesen tatsächlich erheblich verbessert wird. Es muss durchlässiger und transparenter werden. Es muss leichter zugänglich sein, barrierefrei sein für alle Menschen in diesem Land. Wir müssen die Mitwirkungen an unserem demokratischen Gemeinwesen verbessern. Und natürlich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung, die Kolleginnen und Kollegen, es sind ganz tolle Leute, die wirklich ganz viel dafür tun, dass im Einzelfall geholfen wird. Und im Einzelfall funktioniert das auch. Und dafür gibt es ja schöne Beispiele, die in diesem Jahresbericht dargelegt sind. Und ich will noch mal dafür danken. Vor allen Dingen bin ich beeindruckt, aber von den Bürgerinnen und Bürgern. Ich bin beeindruckt von dem Willen, der Unverdrossenheit und dem großen Vertrauen der Menschen in diesem Land, dass sie uns, dem Petitionsausschuss und dem gesamten Parlament entgegenbringen. Das ist wirklich bemerkenswert. Und ich muss sagen, ich bin da auch berührt und bewegt davon, wie sehr sich Menschen öffnen, uns mit ihren persönlichen Sorgen, Ängsten und auch ihrer Hoffnung begegnen und uns um Unterstützung bitten. Ja, über 50 Prozent aller Eingaben sind dieser Natur. Sie sind höchstpersönlich. Und dieses persönliche Vertrauen ist wichtig. Und wir dürfen es nicht verspielen. Und wenn wir noch mal hinschauen, um was es geht. Ja, es geht ganz häufig um Probleme mit Anträgen, bei Jobcentern, Krankenversicherungen, Versicherungen im Allgemeinen. Menschen haben es mit Sanktionsmaßnahmen zu tun. Sie sind in existenziellen Krisen. Und sie wenden sich an uns, das Parlament, weil sie Hilfe im Einzelfall brauchen. Der Präsident hat gestern gesagt, wir können als Parlament Gesetze so gut schreiben, wie wir können. In der Exekutive, in der Anwendung wird es immer Probleme geben. Und deswegen brauchen die Bürgerinnen und Bürger diesen Petitionsausschuss, um im Einzelfall wirklich aus der Krise herauszukommen. Das ist unsere Aufgabe. Aber die andere Seite der Medaille ist, dass es ganz viele kreative Menschen mit hohem Potenzial in Deutschland gibt, die sich an den Petitionsausschuss wenden mit ihren Vorschlägen, um unser Gemeinwesen nach vorne zu treiben. Und da ist nicht weiter verwunderlich, im Jahr 2019 war das Thema Klimaschutz natürlich im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Tempolimit auf Autobahnen, Klimaschutzgesetz, Bienenschutz, Klimanotstand, alles Petitionen mit über 50.000 Unterstützerinnen. Und es ist Ihnen von der AfD, Sie können noch so dreckig lachen, ja, nicht gelungen. Sie haben es mit allen Mitteln versucht, aber Sie konnten diesen Ausschuss nicht kapern, sondern Menschen, die sich konstruktiv an diesem Land beteiligen wollen, die haben das getan. Und jetzt müssen wir den Auftrag daraus ziehen, es umsetzen. Helfen wir mit dabei, diesen Ausschuss auf die Beine zu stellen. Schöpfen wir seine Rechte im Sinne der Bürgerinnen und Bürger aus. Wecken wir den schlafenden Riesen. Das ist die Aufgabe und mein großer Wunsch an diesem Morgen. Vielen Dank. Corinna Rüffer aus der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hält fest, dass in Sachen Petitionen und Bearbeitung von Petitionen und Weiterleitung von Petitionen durchaus noch Luft nach oben ist. Und kritisiert ein wenig, dass sich hier die Abgeordneten, die bislang gesprochen haben, aus der Unionsfraktion und aus der SPD doch zu sehr auf die Schulter klopfen. Jens Lehmann jetzt, ebenfalls CDU-CSU-Fraktion. Hinter dem doch recht unscheinbar wirkenden Titel verbirgt sich mehr, als es zunächst erscheint. Viel mehr. Zum einen ist es die abermals gestiegene Anzahl der eingereichten Petitionen, meine Kollegen erwähnten jetzt bereits, plus 2,5 Prozent auf insgesamt 13.529 Petitionen. Die zeigen, wie sehr die Bürger vom Instrument der Petition Gebrauch machen. Um auf Missstände hinzuweisen oder auf Gesetzesänderungen anzuregen. Mein geschätzter Kollege Oster hat es letztes Jahr sehr treffend formuliert. Ich zitiere, das Petitionsrecht ist ein starker Baustein der direkten Demokratie. Die Bürger bauen auf diesen Stein. Zitat Ende. Sie nutzen dieses Element der direkten Demokratie, um sich an der Architektur des Staates zu beteiligen. Das belegen die Zahlen. Die gestiegene Zahl der eingereichten Petitionen, die im Tätigkeitsbericht beschrieben sind, zeigen jedoch noch etwas anderes, das sich hinter dem Titel verbirgt, nämlich die Mehrarbeit für alle Beteiligten, den Mitarbeitern des Ausschusses und der Fraktionen, den Mitarbeitern der Abgeordnetenbüros und den Mitgliedern des Ausschusses. Mich freut dieses Mehr an Arbeit. Es gibt uns die Möglichkeit, sich direkt mit den Anliegen der Bürger neben der Arbeit in den Wahlkreisen auseinanderzusetzen und im Rahmen der Möglichkeiten des Petitionsausschusses für Verbesserungen zu sorgen. Lassen Sie mich dies anhand ausgewählter Beispiele aus dem aktuellen Jahresbericht etwas näher erläutern. Die derzeit wohl bekannteste Petition ist die Petition Rettet die Bäder, der DLAG. Hier war sich der Petitionsausschuss fraktionsübergreifend einig, Es muss etwas geschehen. Wir müssen dafür sorgen, dass die Bäderschließungen gestoppt werden, damit vor einem unseren Kindern das lebensnotwendige Schwimmen beigebracht werden kann. Daher bitten wir mit dem höchsten Votum des Ausschusses, dass sich die Bundesregierung der Petition annimmt. An dieser Stelle möchte ich unserem Bundesinnenminister Horst Seehofer freundlich an die in Aussicht gestellten Goldenen Plan erinnern, den er im vergangenen Dezember auf der Mitgliederversammlung des Deutschen Olympischen Sportbundes erwähnt hat. Nicht nur die DLAG, sondern vor allen Dingen viele Breitensportler und Spitzenathleten freuen sich, wenn dieser Plan zur Anwendung kommen würde. Im Petitionsausschuss bekommen wir auch Petitionen eingereicht, welche die Bundeswehr betreffen. Als Mitglied des Verteidigungs- und des Petitionsausschusses habe ich an dieser Stelle dankenswerterweise einen sehr guten Überblick über die Sachlage und kann dies aus einer weiteren Perspektive betrachten. So erreichten uns beispielsweise Petitionen, welche militärische Tiefflüge oder das Betanken in der Luft stark einschränken wollten, weil die Beschränkung die Lebensqualität in den betroffenen Gebieten erhöhen würde. Demgegenüber stehen die militärischen Erfordernisse der Bundeswehr. Solche Petitionen zeigen uns also, wie schwierig es manchmal ist, wenn unterschiedliche Interessen aufeinandertreffen. Eingereichte Petitionen zeigen uns vor allem aber, dass die Schicksale hinter den Anliegen stecken, dass die Eingaben an den Bundestag auch Bereiche direkt vor unserer eigenen Haustür berühren können. Ich erlaube mir daher, zwei Petitionen zu erwähnen, die aus meinem Wahlkreis Leipzig I kommen und die mich besonders inhaltlich berührt haben. Das ist zum einen eine Petition, die sich gegen eine Flugroute am Leipziger Flughafen richtet. Hier wollen Menschen aus meiner Nachbarschaft Änderungen an den Flugrouten erreichen. Die zweite Petition befasst sich mit der Aufarbeitung von DDR-Unrecht, nämlich den sogenannten gestohlenen Kindern der DDR. Sie kennen es vermutlich nur aus der letzten Aussprache. Es geht um Kinder, die gegen den Willen ihrer Eltern zur Adoption freigegeben wurden, wo teilweise sogar der Tod von Säuglingen durch die staatlichen Stellen der DDR vorgetäuscht wurde. Wenn wir hier als Petitionsausschuss unserem Beitrag dazu beitragen können, dass den Betroffenen geholfen wird und eine Lösung zum Wohle der Betroffenen finden, dann erfüllt mich die Arbeit im Petitionsausschuss mit großem Stolz. Ich möchte aber auch vor allzu großen Erwartungen an den Petitionsausschuss warnen. Wir sind eben keine Gerichtsinstanz, die Entscheidung in die eine oder andere Richtung fällt. Wir befassen uns mit Themen und sprechen im höchsten Fall deutliche Empfehlungen an die zuständigen Bundesministerien aus, wenn etwas geändert werden kann und sich ein Ministerium mit einem Thema befassen soll. Wir empfehlen aber auch, Petitionen abzulehnen, weil wir den Anliegen nicht entsprechen können. Zusammengefasst, auch wenn unsere Voten nicht immer im Sinne des Petenten sind, sie sind vor allem wohl überlegt und gründlich durchdacht. Denn wir nehmen jede Petition sehr ernst und prüfen umfassend den Inhalt, um zu unserem Votum als Berichterstatter zu kommen. Daher möchte ich alle Bürger auffordern, von den Möglichkeiten des Petitionswesens Gebrauch zu machen. Wenden Sie sich direkt an den Deutschen Bundestag. Nutzen Sie das im Grundgesetz verankerte Recht, sich mit Bitten oder Beschwerden an die Volksvertretung zu wenden. Wir werden uns um diese Bitten kümmern. Abschließend möchte ich mich noch einmal bei allen Abgeordneten, Mitarbeitern des Ausschusses und den Fraktionen sowie den Mitarbeitern der Abgeordnetenbüros für die akribische und umfassende Arbeit bedanken. Sie sorgen dafür, dass jede Petition, die ihr zusteht, der Aufmerksamkeit bekommt. Herzlichen Dank. Jens Lehmann für die Unionsfraktion in der Debatte über den Tätigkeitsbericht des Petitionsausschusses 2019. In dieser Debatte spricht jetzt Bela Bach. Und Bela Bach kommt aus der SPD-Fraktion. Und wenn das Pult desinfiziert ist, darf sie auch ran. Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Und sehr geehrte Besucherinnen und Besucher! Das Petitionsrecht ist ein Grundrecht, das seit 1849 in unterschiedlichen deutschen Verfassungen verankert ist. Seit 1849 haben sich aber so ein paar Dinge verändert. Zum Beispiel gehen Petitionen nicht mehr nur per Brief und per Fax bei uns ein, sondern 3,3 Millionen Menschen nutzen das Internetportal des Deutschen Bundestages, und zwar das Petitionsportal. Das hat im Übrigen auch nichts mit der AfD zu tun. Ich finde immer wieder beeindruckend, wie bei ihnen Selbst- und Fremdwahrnehmung diametral auseinandergehen. Die Zahlen für Eingaben waren auch schon mal rückläufig. Woran liegt das? Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich behaupte, wir brauchen uns nichts vorzumachen. In der Gunst um öffentliche Aufmerksamkeit haben uns private Kampagnenplattformen zum Teil den Rang abgelaufen. Sie suggerieren Einflussnahme, aber sie laufen eigentlich ins Leere. Das wäre aber nicht nötig, wenn die Petitionen viel mehr an den Deutschen Bundestag gerichtet werden würden. Und deswegen müssen wir unser sehr gutes Petitionswesen, das hier auch schon vielfach gelobt worden ist, noch bürgerfreundlicher und noch offener ausgestalten. Die gesellschaftlichen Erwartungen an die Öffentlichkeit parlamentarischer Abläufe haben sich nämlich verändert. Sie sind ganz erheblich gewachsen. Und wenn wir unser Ohr am Gleis der Zeit haben wollen, dann müssen wir mit der Zeit gehen und diese Brücke neu bauen. Dazu gehört für mich ganz stark der Ausbau der Öffentlichkeitsarbeit. Zum Beispiel braucht es im 21. Jahrhundert endlich auch einen eigenen Auftritt in sozialen Medien. Denkbar wäre auch eine Zusammenarbeit mit der Bundeszentrale für politische Bildung oder auch, wie mein Kollege Schwarze schon vorgeschlagen hat, eine Halbjahresbilanz des Ausschusses über diesen Jahresbericht hinaus, weil auch das Aufmerksamkeit erzeugt. Wichtig wäre es auch, das Quorum für öffentliche Beratungen von Petitionen abzusenken. Ich denke hier zum Beispiel an eine Absenkung der Mitzeichnungen auf 30.000 und auch an eine Verlängerung der Mitzeichnungsfrist auf acht Wochen. Die aktuelle Kampagne, die unter dem Slogan läuft, Hey Bundestag, lass uns reden, hat diese Woche nämlich über 57.000 Mitzeichnerinnen und Mitzeichner erreicht. Erforderlich gewesen wären 50.000. Da geht es um die CO2-Kennzeichnung von Lebensmitteln. Dem Petenten war die öffentliche Beratung der Petitionen ein sehr wichtiges Anliegen. Es ist zwar schön, dass so viele Bürgerinnen und Bürger die Petitionen mitgezeichnet haben, aber es wäre trotzdem erfreulich, wenn wir die Hürden hier weiter absenken würden und dafür sorgen könnten, dass wichtige gesellschaftliche Debatten nicht nur von Firmen angestoßen werden, sondern vor allem auch von einzelnen Bürgerinnen und Bürgern. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die öffentlichen Diskussionen der vergangenen Wochen waren keine Sternstunden des Parlamentarismus. Sie waren geprägt von einem aufgeblähten Bundestag im Zuge der Wahlrechtsreform und von fahnenschwingenden Nazis auf den Stufen des Reichstages. Ich möchte die Gelegenheit an dieser Stelle nutzen und ganz ausdrücklich dafür danken, dass es dem Petitionsausschuss gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Ausschussdienstes in diesem Jahr gelungen ist, so viele Petitionen zu bearbeiten. Das ist eine der wichtigsten Brücken zum Parlament. Begegnen wir deshalb dem wachsenden Bedürfnis der Bevölkerung. Nach Transparenz und nach Öffentlichkeit im Parlament konstruktiv. Und lassen Sie uns den Petitionsausschuss digitaler machen, moderner und damit nahbarer. Vielen Dank. Nächster Redner ist der Kollege Gero Störger-Johann, CDU-CSU. Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Am Schluss der Debatte möchte ich auf einige Dinge eingehen, die hier auch vorgeschlagen werden. worden sind. Aber eines möchte ich hier abweisen. Wir sind kein schlafender Riese, Frau Rüffer. Wir sind sehr aktiv im Rahmen unserer Möglichkeiten, dass man die verbessern kann. Da sind wir uns sicherlich auch einig. Ich möchte darauf hinweisen. Ich bin ja nun seit 2005 im Obleutegremium und kenne also die Entwicklung. Und 2003 sind wir nach Schottland gefahren, um überhaupt Online-Petitionen uns anzugucken. Das war damals neu. Wir haben das System gekauft. Und wir haben es dann im Laufe der Zeit auch anpassen können, verbessern können. Das machen wir nicht als Petitionsausschuss. Das macht die Bundestagsverwaltung. Und wo wir ein kleines Rädchen nur sind und andere das für uns entscheiden müssen. Und dann stellen wir fest, dass die Kapazitäten nicht ausreichen für die neue Zeit. Und das braucht auch seine Zeit, bis etwas ausgeschrieben ist und angepasst wird. Und wir stellen dann fest, dass es nicht mehr reicht, eine Stunde im Ausschuss zu diskutieren. Und woran liegt das? Weil wir keinen eigenen Sitzungssaal haben. Wir müssen also vor den anderen diskutieren. Von acht bis neun. Wir können auch von sieben bis neun machen. Oder von sechs bis neun. Das sind doch unsere Alternativen. Ja, ist schon klar. Aber das ist unser Problem. Und wenn wir intensiver einsteigen wollen, dann müssen wir einen eigenen Sitzungssaal haben. Und jeder kann sich vorstellen, wie das mit der heutigen Umsetzung sein könnte, wann das der Fall ist. Wir haben mehr Zuspruch. Und wir haben auch mehr Probleme, in die wir einsteigen wollen. Das heißt, wir machen mehr Vor-Ort-Termine. Wir machen mehr Berichterstattergespräche. Berichterstattergespräche bedeutet, dass dann aus den Ministerien, sei es aus Bonn oder Berlin, die Fachleute kommen und dass wir als Fraktion hinterfragen. Ein bis zwei Stunden dauert jedes Berichterstattergespräch. Die nehmen zu. Und wir haben die öffentlichen Beratungen. Wir haben 52 Wochen halt. Und wir können auch nur den Montag immer nehmen, weil wir schon gar keinen Sitzungssaal mehr finden, weil auch andere Ausschüsse Gesetzesberatung machen. Und wenn jetzt die Forderung kommt, dass wir noch mehr öffentliche Beratung machen sollen, dann ist das irgendwann nicht mehr leistbar. Und deswegen haben wir 50.000 gesagt. Und, Frau Bach, es gibt ganz wenig Petitionen, die zwischen 20.000 und 50.000 liegen. Und wenn wir einen freien Termin haben, wenn wir also keine 50.000er-Petitionen haben, dann sagen wir selbstverständlich in der Obleuterunde, und was können wir jetzt nehmen, um die Lücke zu füllen? Und dann nehmen wir eine 15.000er oder 5.000er. Da sind wir uns auch immer ganz schnell einig. Das heißt, wir müssen arbeitsfähig bleiben im Rahmen unserer beschränkten Möglichkeiten, die wir leider haben. Und dafür setzen wir uns ein. Also, was wir brauchen, eine Umstellung von der Papierakte auf die digitale Akte. Aber wir haben die Papierakte. Die Akten werden aufbewahrt, jahrzehntelang, weil es teilweise auch Petenten gibt, die sehr lange mit uns in Kontakt sind. Und glauben Sie mir, ich freue mich manchmal, wenn ich eine Akte abarbeite. Das ist dann so viel. Drei Aktenordner, die kann ich dann schon mal zur Seite packen, als wenn ich diese kleinen dünnen immer nehme. Aber deswegen, die Umstellung ist das Problem. Wir müssen parallel das machen mit einem Mitarbeiterstab, der nicht wächst. Und ich habe Bereich, ich bearbeite den Bereich Verkehr. Und seit über einem Jahr ist die Referentenstelle Verkehr nicht besetzt. Nicht, weil wir das nicht wollen, sondern weil es Rechte gibt der Mitarbeiter. Man kann dagegen klagen gegen eine Personalbesetzung. Und das wird auch gemacht. Und dann ist ein Jahr im Bereich Verkehr Stillstand. Ich kann ja keinen aus dem Sozialausschuss denn dahin setzen, denn Verkehr ist speziell, was man bearbeiten muss. Insofern gibt es Dinge, die können wir leider nicht verändern. Was wir können, ist, wir können unsere Digitalität vorantreiben. Das wird aber auch keine Wunder bewirken. Wir sind sechs Fraktionen mit sechs Meinungen. Manchmal sieben. Und das bedeutet, das erlernen wir in jedem anderen Ausschuss auch, dass es länger dauert, zu einer Entscheidung zu kommen. Und dann sind vier Fraktionen einer Meinung. Dann kommt das im Ausschuss an das Thema. Und dann kommt Manfred Tosenhaut und sagt, also ich habe mit meinen Leuten gesprochen, wir wollen noch mal eine Berichterstattung haben. Dann läuft die Petition noch mal drei Monate, bis wir sie wieder haben. Und das ist alles richtig. Es dient der Sache, aber es verlängert den Entscheidungsprozess. Und ich würde mich freuen, wenn ich von meinem Finanzamt alle drei Wochen Bescheid bekomme. Dein Antrag auf Lohnsteuerausgleich oder Einkommenssteuererklärung hat jetzt diesen Bearbeitungsstand. Bekomme ich aber nicht. Wenn ich einen Bauantrag stelle, bekomme ich das auch nicht. Und wir haben einige Petenten, die bei uns in den Büros bekannt sind und auch die Mitarbeiter entsprechend kontaktieren. Das ist auch eine Sache. Deswegen versuchen wir auch die Berichterstatter nicht öffentlich transparent zu machen. Ja, mach ja sein. Sie haben ja dann Glück. Wir versuchen das nicht transparent zu machen, sondern es geht um die Sache. Und deswegen ist das auch ein gewisser Schutz für unsere Mitarbeiter, dass wir das nicht allzu transparent machen. Und das alles gilt es abzuwägen. Da sind wir gerne bereit, auch in Gespräche einzutreten. Das Petitionswesen ist erfolgreich in Deutschland. Es ist insgesamt auf der Welt ein Erfolg. Und wenn jetzt vorgeschlagen wird, wir sollten einen Ombudsmann eventuell auch hier auf Bundesebene implementieren, dann kann man das wollen. Das wird aber grundsätzlich die Arbeit des Petitionsausschusses verändern. Denn sind die Einzelanliegen nach meiner Auffassung beim Ombudsmann angesiedelt und die politischen Anliegen, die wir auch in den Ausschüssen diskutieren, würden zusätzlich dann auch noch mal einen besonderen Drive bekommen bei uns im Petitionsausschuss. Das möchten wir als Union nicht. Und deswegen diskutieren wir da auch mit dem Koalitionspartner, mit Stefan Schwarze, sehr intensiv drüber. In dieser Periode wird da jedenfalls nichts. Und wir wollen andere Dinge vorantreiben. Auf Landesebene macht das richtig sein. Wir können da jedenfalls nicht mitmachen. Also, mein herzlicher Dank an die Mitarbeiter, die trotz vieler Kritik von uns, die immer unberechtigt ist, weitermachen. Ich danke meinem Fraktionsvorsitzenden, dass er uns entsprechend ausstattet, entsprechend Aufmerksamkeit bietet, auch heute. Und ein Dank an alle, die mit mir zusammenarbeiten müssen. Ich mache das gerne weiter und freue mich auf die gemeinsame Arbeit. Kirustor-Johann aus der Unionsfraktion war der vorletzte Redner in dieser Debatte über den Tätigkeitsbericht des Petitionsausschusses für das Jahr 2019. Und den Schluss macht jetzt Timon Gremmels aus der SPD-Fraktion. Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Es gibt wenig Punkte auf der Tagesordnung, bei denen man ein solches Themenspektrum diskutieren kann, wie der Jahresbericht des Petitionsausschusses. Wo können Sie sonst sinnvoll in einer Vier-Minuten-Rede die Themen Konversionsverbot, also Verbot der Konversionstherapie, also Homoheilung, die Eichfrist von Warm- und Kaltwasserzählern und dem Bau einer Güterbahnstrecke sinnvoll in eine Rede packen? Das geht nur beim Jahresbericht des Petitionsausschusses, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und das zeigt doch die ganze Bandbreite, mit der wir uns beschäftigen, wie unterschiedlich die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger sind. Ich möchte ein Beispiel nennen. Das ist die Konversionstherapie. Homoheilung. Die war bisher möglich. Es gab eine Petition, die gesagt hat, das soll verboten werden. Die erste Stellungnahme des Bundesgesundheitsministeriums war noch ablehnend. Dann kam es zu einer noch öffentlichen Petition, und zwar nicht über das Portal des Bundestages, sondern eines privaten Anbieters, Change.org. Da gab es dann sehr, sehr viele Unterstützung, auch eine mediale Aufmerksamkeit. Dann hat sich unser Koalitionspartner bewegt. Herr Spahn, vielen Dank. Und wir haben jetzt Gott sei Dank das Verbot der Konversionstherapie. Dieses Beispiel zeigt aber auch, dass sinnvollerweise ein Zusammenwirken stattfinden kann zwischen privaten Plattformen und der Plattform des Deutschen Bundestages. Es ist nicht immer sozusagen Konkurrenz, manchmal auch gegenseitig bereichernd. Man muss halt nur den Bürgern sagen, die Petition sozusagen nach Artikel 17 Grundgesetz, die gibt es nur auf dem Portal des Deutschen Bundestages. Aber die privaten Plattformen können unterstützend sein. Ein positives Beispiel. Zweites positives Beispiel, was wir geschafft haben. Ganz anderes Themenfeld. Wo man auch merkt, da beschäftigt man sich, wenn man so eine Akte auf dem Tisch hat, zum ersten Mal mit. Das ist die Frage, dass es bisher unterschiedliche Eichfristen gab für Kalt- und Warmwasserzähler. Einmal fünf und einmal sechs Jahre. Das bedeutet sozusagen, das sind umlagefähige Kosten, die Mieter alle fünf, sechs Jahre. Sowohl einmal wird der Warmwasserzähler und einmal der Kaltwasserzähler ausgetauscht. Zweimal Kosten, die sozusagen auf die Mieterinnen und Mieter umgelegt werden können. Wir hatten dazu eine Petition. Wir haben dann eine Stellungnahme des Wirtschaftsministeriums bekommen. Ich als Berichterstatter habe dann gebeten, das ist ja auch eine Frage des Verbraucherschutzes, dass wir dann auch noch eine Stellungnahme des Justizministeriums bekommen haben. Und wir haben es geschafft, nach einem konstruktiven Berichterstattergespräch zu sagen, wir möchten die beiden Fristen einheitlich haben. Und aktuelle Meldung sozusagen aus dem Bundeswirtschaftsministerium, dass jetzt sozusagen die Verordnung verändert wird. Herr Altmaier, vielen Dank. Sie folgen dem Petitionsausschuss in diesem Falle, dass es künftig eine einheitliche Eichfrist von sechs Jahren gibt. Das ist konkreter Verbraucherschutz. Das zeigt, dass man auch was bewirken kann in diesem Petitionsausschuss. Vielen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen. Drittes Beispiel. Eine Petition, die mich gerade sehr intensiv beschäftigt, das ist die Kurve Kassel. Das ist eine Bahntrasse, die gebaut werden soll in meinem Wahlkreis. Da gibt es mittlerweile sechs Bürgerinitiativen. Vier davon haben die Möglichkeit einer Petition genutzt. Das ist zum Teil vor einem Jahr schon eingereicht. Und ich frage mich immer, wie ist denn der Sachstand? Wir haben bisher nur eine Eingangsbestätigung bekommen. Und ehrlich gesagt, ich kann da die Ungeduld nachvollziehen. Ich sage denen dann immer, ein Jahr, das geht noch. Das haben Petitionen, die sehr viel länger dauern. Aber da wäre es doch in der Tat gut für Transparenz und Offenheit, ein Art-Tracking-Verfahren zu machen, so wie wir das auch beim Paketdienst haben, um sozusagen nachzuverfolgen, welchen Sachstand es hat. Das würde uns alle entlasten, würde mehr Transparenz schaffen. Also lassen Sie uns das doch gemeinsam begehen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und das Beispiel der Kurve Kassel zeigt auch, dass da als Berichterstatter man noch sehr viele Möglichkeiten hat, wie zum Beispiel die Möglichkeit von Ortsterminen, Berichterstattergesprächen. Da werden wir uns noch sehr häufig mit beschäftigen. Sie sehen also, dass der Petitionsausschuss wirkt, dass wir Bürgeranliegen ernst nehmen. Und ich kann jetzt alle Zuschauerinnen und Zuschauer bitten, da ich ja der letzte Redner bin, nach der Debatte, nach der Beendigung, einfach mal auszuschalten oder umzuschalten. Ich weiß gar nicht, welche Debatte die nächste ist, aber egal. Gucken Sie doch einfach mal bei e-petition.bundestag.de und gucken Sie mal, welches Anliegen, welche Bitte oder welche Beschwerde Sie haben. Prüfen Sie die Bitte, ob das wirklich eine Beschwerde ist. Und dann gucken Sie doch mal, reichen Sie doch mal ein und schauen Sie mal, was mit Ihrer Petition passiert. Ich freue mich auf jeden Fall, weitere tolle Anregungen zu bekommen. In diesem Sinne alles Gute und Glück auf. Timon Gremmels, Entschuldigung, beendet die Debatte über den Tätigkeitsbericht des Petitionsausschusses 2019. Nächstes Jahr wird es dann wieder einen geben. Und dann schauen wir mal, ob die vielen Vorschläge, die hier im Gespräch gewesen sind, für beispielsweise Social-Media-Auftritte oder eine App oder was sonst noch im Gespräch gewesen war, schon Realität geworden sind. Vielen Dank.